Herzlich willkommen zu diesem neuen Bonuskiste-Video. Heute soll es um die Krypto-Masterclass von Jannik Mayer gehen. Er zeigt dir, wie du mit Kryptowährungen Geld verdienen kannst, wie du, wie du hier bereits siehst, an der Jahrhundertschance Kryptowährungen partizipieren kannst und ein Vermögen aufbauen kannst. Warum verlieren die meisten Leute Geld mit Kryptowährungen und manche machen Profite, wie du hier bereits siehst, von 100.000 oder 10.000 Prozent? Was ist hier wichtig in dem Bereich? Jannik ist da bereits jahrelang investiert, ist ein absoluter Crack in dem Bereich und wir schauen uns in diesem Video an, was der Krypto-Pionier hier vorbereitet hat, was er hier zu sagen hat, welche Strategien er und seine Kollegen empfehlen, um mit Kryptowährungen langfristig Geld zu verdienen. Hier erfährst du alles vom Hintergrundwissen, über die Grundlagen, über dein erstes Krypto-Portfolio, das richtige Sicherheitsmanagement, in welche Coins solltest du investieren, sind das nur Bitcoin oder sind das auch Altcoins, also andere Coins außer Bitcoin, welche Ressourcen, welche Tools, welche Kontakte verwendet Jannik und sein Team da? Alles bekommst du dazu, zusätzlich hast du eine Community, bei der du dich mit Gleichgesinnten austauschen kannst. Ich würde sagen, wir schauen jetzt einfach direkt mal rein und schauen, was Jannik hier vorbereitet hat. Let's go! Ja, bevor wir starten, du kannst dir die Krypto-Masterclass direkt über den Link unterhalb des Videos sichern, bonuskiste.com slash krypto mc, so wie du es hier siehst, und bekommst mit dem Rabattcode BONUSKISTE nochmal 10% Rabatt auf den Preis. Zusätzlich bekommst du, wenn du dir die Krypto-Masterclass über den Link unterhalb des Videos sicherst, auch meine Krypto-Social-Trading-Strategie dazu, wo ich dir zeige, wie du erfolgreiche Trader, also die, die mit dem Traden von Kryptowährungen ein Vollzeiteinkommen verdienen, ganz einfach kopieren kannst. Du kannst deren Signale kopieren, ohne deine Bitcoins, ohne deine Coins irgendwo hinzuschicken. Du kannst einfach deren Signale für dich traden lassen, in einem kleineren Prozentanteil. Also wenn die einen Bitcoin traden, dann tradest du 0,001 Bitcoin beispielsweise und profitierst so von deren Strategien, kannst deine Coins von diesen Tradern vermehren lassen. Sichere dir dazu einfach die Krypto-Masterclass über den Link unterhalb des Videos bonuskiste.com slash krypto mc, so wie du es hier siehst, und mit dem Rabattcode BONUSKISTE bekommst du nochmal 10% abgezogen. So, und hier befinden wir uns auch schon im Mitgliederbereich der Krypto-Masterclass. Hier siehst du bereits, wie das Ganze aufgebaut ist. Gleich mal vorneweg, Jannik ist Experte für sogenannte Offshore-Finanzstrategien, für den Vermögensschutz und auch für disruptive Innovationen, so wie Kryptowährungen und die Blockchain-Technologie. Und da ist er schon sehr, sehr früh dabei, also seit 2012 beschäftigt er sich mit Kryptowährungen, mit der Blockchain-Technologie, mit Vermögenssicherung in dem Bereich und natürlich auch, wie man damit Geld verdienen kann. Was er in all den Jahren gelernt hat, warum er das Ganze als Paradigmenwechsel, als Jahrhundertchance ansieht, das erfahren wir in diesem Kurs. Ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal ins Willkommensvideo rein. Ich zeige dir da einen kleinen Einblick. Vielleicht schauen wir uns auch das zweite Video an. Und dann gehen wir auf die Module ein. Let's go! Herzlich Willkommen zur Kryptomasterclass und vielen Dank für dein Vertrauen. In diesem speziell entwickelten Schulungsmodell lernst du alles über die Themen Kryptowährungen, Blockchain und Dezentralisierung. Ich selbst habe bereits viele Jahre Erfahrung im Bereich Kryptowährungen und Blockchain und konnte dort nennenswerte Resultate erzielen und diese verschiedensten Erfahrungen in allen möglichen Bereichen sammeln. Dieses langjährige und praxiserprobte Wissen habe ich für dich gebündelt, in diesem Videokurs gepackt, um dich Stück für Stück an die Grundlagen von Bitcoin und Co. heranzuführen und dich auf den aktuellen, neuesten technologischen Stand zu bringen. Was du in diesem Coaching also für dich erreichen kannst, ist schlussendlich ganz einfach. Zuallererst sollst du die ganzen Grundlagen verstehen und dann lernen, wie du selbstständig und eigenverantwortlich mit Hilfe von Wissen, Tools und Ressourcen gute Entscheidungen im Kryptomarkt treffen und erfolgreich in diese investieren kannst. Das fängt an beim Kauf und dem strategischen Portfolioaufbau. Wie du Transaktionen tätigen kannst und Coins empfangen kannst. Wie du auf den verschiedensten Wallets deine Kryptos sicher verwahren kannst. Bis hin zu Trading-Strategien, Decentralized Finance sowie Möglichkeiten, Cashflow aus Kryptowährungen zu erwirtschaften und vieles mehr. Sei also gespannt und setze das theoretisch gelernte Wissen auch direkt in die Praxis um. Meine Vision ist es, so vielen Menschen wie nur möglich zu helfen, Kryptofit zu werden und dank dieser Chance ein selbstbestimmtes finanziell und geografisch freies Leben abseits von der Matrix von Staaten und Banken leben zu können. Meiner Meinung nach gibt es überhaupt keinen Grund mehr, irgendetwas zu machen, worauf du überhaupt keine Lust hast. Es gibt heute nahezu nichts mehr, was du nicht über das Internet abwickeln kannst. Ich kenne Ärzte und Anwälte, die ihre Klienten online beraten, Sprachlehrerinnen, die ihre Studenten online schulen, sowie Ernährungs- und Fitnesscoaches, die online ihre Professionen nachgehen können. Mit dem richtigen Mindset, Wissen der richtigen Strategie und vor allem der richtigen Positionierung kannst auch du von diesem unglaublich chancenreichen Markt im Bereich Kryptowährungen und Blockchain-Technologie Gewinne erzielen, die noch kein anderes Investment zuvor erbracht hat. Es ist ganz dir überlassen, am Ende, wie bei jeder neuen Technologie, nur wieder Anwender zu werden oder bereits frühzeitig bei der Adaption 100%, 500%, 1000% oder sogar 10.000% Gewinn einzustreichen und diese auf deinem Bankkonto auszuzahlen. Für mich persönlich sind Kryptowährungen der beste Hebel, den es überhaupt gibt, um sein Geld zu vermehren und finanziell frei zu werden. Damit du eben auch wirklich an dein Ziel kommst, gebe ich dir mein langjähriges Wissen in genau diesem Bereich weiter und helfe dir dabei, ähnliche oder gar bessere Resultate zu erzielen. Ich teile dir von Anfang bis Ende alle meine Strategien, Fehler, Learnings, Tools und die wichtigsten Essenzen, damit du auch wirklich den größtmöglichsten Nutzen aus diesem Kurs ziehen kannst. Ich möchte nicht nur, dass du diesen Kurs anschaust und dann nichts passiert. Ich möchte, dass du das Ganze wirklich angehen wirst und umsetzt und deinem Traumleben näher kommst. Genau deshalb ist auch unsere gemeinsame Community da, damit wir uns gegenseitig unterstützen und aufbauen. Bitte teile auch hier deine Erfolge, dein Wissen und deine Learnings, um voneinander profitieren zu können und lernen zu können. Du brauchst hierfür kein riesiges Einkommen oder Kapital. Du kannst sofort genau da starten, wo du heute stehst. Genauso wie ich vor einigen Jahren. Damals hatte ich noch über 70.000 Euro Schulden, war mit zwei Angestelltenjobs und einer Selbstständigkeit gleichzeitig verheiratet. Aber dazu mehr in der nächsten Lektion. Ja, das hatte Janik bereits super erklärt. Schauen wir uns gerne noch das zweite Video an, wo er dir nochmal erklärt, warum er Expertise in dem Bereich hat, was er für Vorerfahrungen hat. Let's go! Mein Name ist Janik Mayer und ich bin der Gründer bei Crypto Masterclass. Ich möchte mich gerne kurz vorstellen, damit du auch weißt, wer ich bin und was mein Hintergrund ist. Ursprünglich komme ich aus dem süddeutschen Raum, nähe Stuttgart, wo ich auch geboren bin. Gelernt habe ich den Beruf Bankkaufmann, wo ich auch einige Jahre in der Sparkasse Privatkunden beraten habe. Ehe ich mir meinen Traum erfüllt habe, ein USA-Studium mit Fußballstipendium anzugeben. Heute bin ich sehr dankbar, ein Leben in unbegrenzter finanzieller und geografischer Freiheit zu leben und die Dinge mit den Menschen zu tun, mit denen ich am meisten Freude habe. In den letzten Jahren konnte ich in über 35 Ländern meine Lieblingsorte der Welt erkunden und mich mit den Menschen umgeben, die mir guttun und mich fördern, persönlich in den Lebensbereichen Gesundheit, Spiritualität, Finanzen und Beziehungen weiterzukommen. Das sah vor einigen Jahren noch ganz anders aus, als ich nach meiner Bankerzeit in den verschiedensten Angestelltenverhältnissen gefangen war, die mehr anstrengend und einnehmend waren, als dass mir Fülle, Freiheit und ein gutes Einkommen brachten. Nach Beginn meiner ersten Selbstständigkeit im Direktvertrieb, sowie sämtlichen weiteren Anläufen und bezahlten Lehrgeldern, stieß ich nach jahrelangem Ignorieren erneut auf das Thema Bitcoin, welches ich in den Banken, in denen ich zuvor als Privatkundenberater beraten habe, absolutes Tabuthema war und nach wie vor ist. Somit also etwas zu meinem Krypto- und Blockchain-Hintergrund. Es war also sehr, sehr ärgerlich, dass ich damals nicht genauer hingesehen habe, 2012. Umso schöner aber, dass ich nach meinem Studium in den USA Ende 2015 erneut in Berührung damit kam und mich von da an intensiv damit auseinandergesetzt habe und das auch bis heute tue und anfing, mein Erspartes in Bitcoin und Ethereum und Co. zu investieren. Und das zu einem Zeitpunkt, zu dem Bitcoin und Co. noch von der breiten Masse als Schneeballsystem, Tulpenblase oder Abzocke erklärt wurde und immer wieder von den Medien und den größten Banken der Welt in den Dreck gezogen wurde und als Tod erklärt wurde. Der beste Zeitpunkt war immer gestern und der zweitbeste ist jetzt. Das begriff ich zu dem Zeitpunkt schnell und nahm neben meiner Hauptanstellung und einem eigenen aktiven Geschäft noch zwei weitere Nebenjobs an, die ich an Abenden und Wochenenden ausgeübt habe und lebte einen extrem sparsamen Lebensstil mit viel Verzicht in einer 30 Quadratmeter Studentenbude und mit einem sparsamen Auto, einem Fiat Twingo, um meine Ausgaben zu minimieren und meine Einnahmen zu maximieren. Diese Strategie habe ich konsequent fortgesetzt, sodass ich monatlich immer mehr Kryptos nachkaufen konnte und ich dachte mir dabei einfach nur, wenn an dieser Sache nur im Geringsten etwas dran ist, dann ist dies meine Chance, Vermögen für Generationen zu kreieren und meiner Familie ein schöneres und freieres Leben zu bieten. Mein Appell ist für dich also auch, dass du dich finanziell weiterbildest und direkt ins Tun kommst und nicht aufhörst, egal wie schwer die Zeiten auch sind. Und die ganze Geschichte zum Vervollständigen komme ich nochmal kurz auf meinen persönlichen Krypto- und Blockchain-Hintergrund zurück. Also zunächst habe ich das Ganze eben 2012 das erste Mal in der Bank gehört. Da habe ich mich mit meinem Kollegen ausgetauscht über das Thema Bitcoins, weil das das erste Mal irgendwo aufgetaucht ist in den Finanzmedien. Und wir haben das damals total belächelt und als fiktives Spielgeld betrachtet. Und ja, dann ist das Ganze erst mal aus den Augen, aus dem Sinn gewesen. Und erst Ende 2015 bin ich damit erneut in Berührung gestoßen. Damals noch im Direktvertrieb tätig, trommelten ein paar Freunde aus der Region in einem kleinen Kreis zusammen und riefen mich an, zu einem geheimen Meeting bezüglich einer revolutionärten Technologie zu ihnen ins Wohnzimmer zu kommen. Mit anderen Worten, kommt doch mal vorbei, wir haben da was ganz Spannendes, mit dem wir alle stinkreich werden. Während des Meetings zeigten sie mir astronomische Zahlenbeispiele mit Millionen Summen, die wir damit verdienen könnten. Sie sprachen davon, dass ihnen das Ganze von einem Multimillionär aus Lichtenstein gezeigt wurde, dessen Namen sie mir natürlich nicht sagen dürfen. Und das Ganze sehr, sehr vielversprechend sei. Bitcoin stand zu dieser Zeit bei einem kleinen dreistelligen Betrag, etwa um die 200, 300 Dollar. Und damals kam gerade erst Ethereum heraus. Ethereum war damals knapp ein Dollar wert. Wo heute Ethereum steht, das weißt du vielleicht oder kannst es ganz einfach nachschauen. Die meisten Projekte von damals haben im Bullenmarkt 2017 und in diesem Bullenmarkt oder bis heute Zehntausende oder sogar Hunderttausende von Prozenten Gewinn gemacht. Neben meinen Erfahrungen in Investments habe ich auch Erfahrungen mit Trading, Mining, Staking, Lending, Masternodes, DeFi, also Decentralized Finance, das ist der neue Trend, Dezentrale Finanzen und Coaching. Neben meinem Engagement in Kryptowährungen bin ich als Angel Investor an mehreren Firmen beteiligt. Zusätzlich habe ich vor kurzem mein neues Buch veröffentlicht und in meinem ersten Buch schreibe ich detailliert über die besten Strategien, dein Vermögen offshore zu schützen. Hierbei geht es speziell um die Themen Offshore Banking, Fintechs, Kryptowährungen und Edelmetalle. Wenn du dich also für diese Themen interessierst, freue ich mich, wenn du einen Blick in mein Buch wirst. Ja, dann, obwohl zu dieser Zeit 2015, 2016 mich die meisten noch ausgelacht haben, wenn ich über das Thema Bitcoin und Co. gesprochen habe, hatten doch auch so ein paar wenige Bekannte ein offenes Ohr, und wollten mehr darüber erfahren. Mit einem guten Freund habe ich mich also zum Kaffee trinken verabredet, um mir das Thema Kryptowährungen näher zu bringen. Und im Anschluss hatten wir dann das Geld für den Kaffee in Bitcoin zukommen lassen. Das siehst du hier auf dem linken Bild hat der Kaffee knapp über drei Dollar gekostet. Und das war bei einem Stand, wo der Bitcoin ungefähr 400 Dollar wert war. Kaffee und danke dir. Das war im März 2016. Und ja, wenn ich dem Guten heute einen Screenshot davon schicken würde, tut ihm der Kaffee bestimmt bis heute noch weh. Aber vermutlich ist es ihm auch sowieso bewusst und er ist einfach nur dankbar, dass er damals überhaupt auf mich zugekommen ist und mehr zu dem Thema lernen durfte. Wenn wir jetzt mal heute schauen würden, was diese 0,08277 Bitcoin wert sind, dann sind das 415 Dollar. Also ein sehr, sehr teurer Krypto-Kaffee. Ein noch viel teurerer Krypto-Pizza-Day, den gab es auch und zwar 2010. Wenn wir also zurückschauen auf eine der allerersten Bitcoin-Transaktionen überhaupt, dann wissen wir, dass einer der spektakulärsten Bitcoin-Salonen, zumindest aus heutiger Sicht, wohl jene mit 10.000 Bitcoin für zwei Pizzen war. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also natürlich war das in 2010, also zu einem Zeitpunkt, wo das Ganze noch total unbekannt und nahezu wertlos war und auch aussichtslos war und die wenigsten die Vision hatten, dass Bitcoin mal was Großes werden kann. Dennoch lustige Story für alle, die, für alle Außenstehenden. Die Person hat damals in einem Online-Forum lanciert, dass sie 10.000 Bitcoin für ein paar Pizzen, also zum Beispiel zwei große Pizzen, bezahlen würde und hat dann seine Bitcoin-Adresse angegeben und 10.000 Bitcoin für zwei Pizzen bezahlt. Ja, diese 10.000 Bitcoin wären Stand heute knapp 500 Millionen US-Dollar wert. Ziemlich viel also für zwei Pizzen und somit eine sehr humorvolle, lustige Story für alle Außenstehenden. Ja, da muss ich gar nicht mehr viel dazu sagen. Janik hat das ja hier bereits super erklärt. In diesem Kurs lernst du, wie du mit Kryptowährungen Geld verdienst, was es mit der Blockchain-Technologie auf sich hat, was du da alles für Möglichkeiten hast. Also du lernst hier nicht nur, wie du in verschiedene Coins investierst und diese ja als Investment nutzt, später wieder verkaufst, sondern es werden hier auch Themen behandelt wie Decentralized Finance. Wie kannst du deine Coins staken? Also wie kannst du bis zu 20, 30, 40% sogar teilweise auf deine Coins bekommen mit bestimmten Strategien? Da gibt es extrem viele Möglichkeiten, die sich jetzt auftun und wenn du dich da zum aktuellen Zeitpunkt damit beschäftigst, dann kannst du da einer der Gewinner sein. Also es ist noch lange nicht zu spät, das Ganze steckt nach wie vor in den Kinderschuhen, ist nach wie vor am Anfang und wenn du da jetzt früh schon dabei bist, dann kannst du da davon profitieren. Das richtige Mindset macht den Unterschied, was hat es damit auf sich, welche Denkstruktur solltest du bei dir implementieren, bevor du mit dem Kurs startest, bevor du startest mit Kryptowährungen Geld zu verdienen. Im Modul 2 der Paradigmenwechsel als Jahrhundertchance, hier wird dir erstmal die Grundlage erklärt. Warum ist die Blockchain-Technologie, warum sind Kryptowährungen, warum ist Bitcoin so eine Riesenchance für die nächsten Jahre, was ist Geld überhaupt, wie ist Geld entstanden, was macht gutes Geld aus, was hat es mit dem sogenannten intrinsischen Wert auf sich, all das erfährst du hier im zweiten Modul, sieben Fehler unseres monetären Geld- und Finanzsystems, die Zukunft des Geldes, aktuell schwappt ja immer mehr ins Internet, immer mehr Dinge werden digitalisiert, was noch nicht digitalisiert wurde, zumindest zum Großteil ist das Geld, was es damit auf sich hat, warum die Zukunft des Geldes digital ist, das zeigt dir Janik hier, wozu überhaupt Kryptowährungen, Expertenmeinungen zu Bitcoin, das hast du eben hier drin, dann hast du hier ein komplettes Modul Grundlagenwissen, die Geschichte, wie ist der Bitcoin entstanden, was sind die Nachteile, was sind die Vorteile, wie funktioniert Bitcoin, was ist die Blockchain, was hat Bitcoin für Vorteile im Vergleich zu Gold, Regulierung und Steuern und dann bekommst du hier auch direkt ein Quiz, damit du auch dein Wissen checken kannst, ob du das Ganze auch verstanden hast. Modul 4, Blockchain Grundlagenwissen, hier geht es um die Blockchain, auf der Blockchain gibt es ja nicht nur den Bitcoin, sondern da gibt es verschiedene Anwendungsmöglichkeiten, es gibt hier nicht nur die Kryptowährungen, sondern die Blockchain, die wird sehr sehr viele Lebensbereiche verändern. Was es damit auf sich hat, das erklärt Jan hier, was ist eine Blockchain, wie funktioniert diese, was ist ein sogenannter Proof of Stake Konsens, was ist ein Proof of Work Konsens, welche Arten von Blockchains gibt es, all das wird dir hier erklärt. Also du hast hier wirklich von Null auf, wenn du keine Ahnung vom Thema hast, bis hin zu einem Expertenwissen, alles was du wissen musst in dem Thema. Die ersten Bitcoins, wie kaufst du deine ersten Bitcoins, wenn du noch keine hast, wie funktioniert das Ganze, über welche Börsen kannst du die kaufen, wie transferierst du deine Euros zu Krypto, welche Exchanges gibt es hier, siehst du hier auch auf dem Bonuskiste Kanal, da werde ich meine favorisierten Exchanges vorstellen, hier bekommst du nochmal die favorisierten Exchanges von Yannick mit, was hat es mit sogenannten dezentralisierten Exchanges auf sich und warum ist das die Zukunft in dem Bereich, Kryptoautomaten, Bitcoin sicher empfangen und senden, die häufigsten Fehler und wie kannst du Bitcoins auch komplett anonym kaufen, ohne dass du dich verifizieren musst, ja, das geht, wie das geht, zeigt dir Yannick hier. Wie sicherst du deine Kryptowährungen? Hier hast du volle Selbstverantwortung, das heißt, du musst dich selber darum kümmern, deine Bitcoins zu sichern, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, unter anderem Online-Wallets, Cold-Wallets und so weiter, all das erfährst du eben hier. Was hat es mit anderen Kryptowährungen außerhalb des Bitcoins, also Altcoins auf sich, Ethereum und andere Altcoins, Cardano, Binance Coin, Chainlink, Avalanche, Uniswap, was sind NFTs, wie lässt sich damit Geld verdienen, was sind Stablecoins, was sind Social Token und Privacy Coins, all das hast du hier eben drinnen. Wie identifizierst du vielversprechende Projekte, wie geht Yannick hier Schritt für Schritt vor und das ist hier, ja, wie identifizierst du vielversprechende Projekte, wie geht Yannick hier vor, ist eben hier extrem interessant, wie Yannick hier Schritt für Schritt das Ganze analysiert und wie auch du sein Wissen mitbekommst, um vielversprechende Projekte rauszusuchen. Prüfe Fundamentaldaten, Prüfe Liquidität, wie findest du die passende Exchange und so weiter, Ressourcen für deinen Erfolg mit Kryptowährungen bekommst du hier noch mit, im Modul 10 dann Leben und Business mit Bitcoin, das heißt, wie bezahlst du auch im Alltag all deine Sachen mit Kryptowährungen, das geht, kannst das Ganze sogar auch mit einem Cashback verbinden, bekommst teilweise sogar hier 4%, es gibt sogar Möglichkeiten bis zu 8% Cashback auf all deine Einkäufe zu bekommen, wenn du das Ganze mit den richtigen Kreditkarten kombinierst, also dabei kommst du dein Cashback quasi zurück in einer bestimmten Kryptowährung, transferiere Bitcoin mit WhatsApp über light.me, Business mit Bitcoin, Brave, also du kannst hier auch Geld verdienen mit dem Brave Browser, wenn du diesen nutzt, während du im Internet surfst, also da gibt es zig Möglichkeiten sich da zu optimieren, Cashflow und Liquidität mit Kryptowährungen, alles über das Bitcoin Trading, FAQ Sessions, also hier hast du auch nochmal Live Calls dabei, wo immer mit Yannik gecallt wird, wo alle Kunden ihre Fragen stellen können, wo du dich direkt mit Yannik austauschen kannst, wo du auch Einblicke bekommst, in was ist er gerade investiert, kauft er vielleicht aktuell NFTs, welchen Coin kauft er gerade, welche Strategie fährt er gerade, alles bekommst du hier mit und wie du siehst, hast du hier einmal im Monat so einen Call. Abschluss und Empfehlungen, du kannst hier direkt in die Crypto Tribe Community eintreten, wo du dich mit Gleichgesinnten austauschen kannst, hast die Möglichkeit eine 1 zu 1 Beratung zu buchen, wie du doppelt von dem Kurs profitieren kannst, Kurs Feedback, Janiks Bücher und so weiter, all das hast du hier drinnen, also eben das komplette Wissen, dass Janik sich seit 2012 in diesem Themenbereich angewendet hat, der hat schon alles durch, der hat mehrere Bullenmärkte und Bärenmärkte mitgemacht im Krypto Bereich, hat damit schon einiges verdient und wenn du von jemandem lernst, dann von jemandem, der das Ganze bereits vorgemacht hat, Janik ist da ein super Tutor in dem Bereich, ich kann den Kurs auf jeden Fall empfehlen, kann dir empfehlen, setz dich mit dem Thema auseinander, das wird in den nächsten Jahren noch mal extrem interessant werden und wenn du dich da jetzt schon damit beschäftigst, gehörst du in den nächsten Jahren zu den Gewinnern. Ja, du kannst dir was, klick dazu einfach auf den Link unterhalb des Videos, schau dir die Inhalte von Jannik an, sichere dir den Kurs mit dem Rabattcode, zusätzlich bekommst du dann meine Crypto Social Trading Strategie im Wert von 199 Euro kostenlos dazu, wo ich dir zeige, wie du Signale von erfolgreichen Tradern eins zu eins für dich kopieren kannst. Diese Trader stellen die Signale zur Verfügung, dafür zahlst du denen eine kleine Erfolgs Provision, wie ich das mache und wie ich somit meine Bitcoins, Ethereum usw. vermehre, das zeige ich dir in der Crypto Social Trading Strategie, kostet normalerweise 199 Euro, schenke ich dir zur Crypto Masterclass dazu, sichere diese dazu einfach über den Link unterhalb des Videos bonuskiste.com slash Crypto MC und vergiss nicht mir danach eine E-Mail zu schreiben an bonus bonuskiste.com damit ich weiß wohin ich dir die Bonuskiste freischalten kann